Servus ihr Lieben, heute gibt es kein Rezept, heute bleibt die Küche kalt, weil heute ist Ernte. Kennt ihr das? Ui, da sind jetzt ein paar runtergefallen, aber da freuen sich die Vogeln über alle, die runterfallen. In Wirklichkeit essen ja wir und trinken in dem Fall den Vogel und die Vogelbären weg. Böse. Jetzt sollte man halt größer sein. Es hat leider bei uns so stark geregnet, es ist aber die letzte Chance sie zu ernten, sonst haben sie die Vogeln geerntet. Die Oberin macht da nie, gell? Ja, bitte. Und ab jetzt ist es Opas Arbeit. Die Beeren abperlen oder abräbeln, in ein Fass geben und einmaischen. Dann, wenn das Ganze vergoren ist, wird gebrannt und der gebrannte Schnaps muss drei Jahre lang reifen. Und wenn er fertig ist, kann man ihn genießen. Dann, wenn er es nicht mehr resignf'rehsehen. Dann, wenn man ihn mit heben wird und nicht mehr violinistb 때는 her Believe. und nicht mehr RB in der Gel более schnellzufassen.